Der Spawn zurück. Der Ursprung hat einen Plan für mich, um ihn zu verbessern. Ihr habt gerade gesehen, ich habe die Aufgabe hier abgeschlossen. Ich habe auf der Minimap das Ganze angezeigt bekommen. Ganz simpel als... Sagt schon, wie ihr seht, es leben nur noch drei, vier Leute. Ich habe es angezeigt bekommen als Radar. So habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Jetzt gucke ich mal. Schau, ob ich hier vielleicht noch den Sieg hinkriege. Okay, kann man machen. So, der andere ist irgendwo da unten. Ich hole euch mal gerade mit, aber wie gesagt, so habe ich das Ganze abgeschlossen. Es war einfach ein Miniradar auf dem... Ein Miniradar auf dem Minimap. Und so habe ich das Ganze gefunden. Also auf der Minimap... Äh, auf der Map an sich wurde nämlich nichts angezeigt. 28er Hit. Ja, wo geht es mit der Sniper? Komm, komm. 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 Wie angetäuscht das. Wie gesagt, ich habe es als Minimap-Anzeige bekommen. Ich hoffe, ihr werdet das Ganze auch so finden. In dem Sinne, ihr seht, wo ich bin. Ich muss hier schnell noch den Sieg holen. In dem Sinne, haut rein.